Tag 6, unser letzter gemeinsamer Tag als gesamte Gruppe. Es ging frühmorgens los zu den Klippen ganz im Osten. Es ging nicht so gut, es ging nicht so gut. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Nach den Klippen gab es eine kleine Stärkung am Auto und weiter ging es in den Nordosten und der Inseln und der Insel Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020